Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Südhemann, zusammen mit dem Karlo. Moin moin. So, der Helfer macht den Gruppen und ich gehe schnell um mit dem... Der Karlo sieht an, mit dem 10.50er und ich schaue jetzt dort beim Düngerprodukt so. Genau. Dann... Die ist voll, weil mehr ist wie 97.000 geht da nicht rein. Okay. Dann kann ich die schon einmal wieder zurückstellen. Und den Kompost einlagern. Und ja. So ist immer viel Arbeit auf der Map, oder? Genau. So, dann... Jetzt ist der schon wieder leer. Ich habe gestern erst den ÖKW gedankt, jetzt ist er schon drei Viertel der Lämme. Ich habe gestern der Stefan und der Heiko bis Anno vorgespielt haben. Ja, ich habe jetzt noch ein bisschen gebraucht. Ja, ja. 55.000 Liter Kompost haben wir schon wieder. So, dann... So, dann... Deine Kompose ist jetzt einmal leer. Wir müssen die Rüben und die Kartoffeln wissen gerne nicht mehr. Ich lerne den schnell aus und dann... Ja. Ich habe mich auf den Kopf gemacht. Das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht, ob ich das mache. Ich glaube nicht, ob ich das mache. Ich sehe die Maschine. dann mieten wir uns oder was zuckerröben oder ein ding also wir brauchen beide selber zuckerröben sind jetzt schon fertig die anderen noch nicht okay also kartoffelstein fertig oder was nein die rübe ok dann hol ihr an die rübe ja 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 Was hast du gemütet? Dein Multifruit Okay Don't kill my glad body sound So Äh Was ist denn jetzt? Das kann man wieder zurücksetzen? So Dann switch ich einmal durch eine Ah, der Hertha ist auch fertig? Ja Wo sind die Rüben? Ähm, auf Feld 8 Feld 8 Okay, dann weiter suchen Und Feld 9 sind die Kartoffeln Ja Danke So, dann gehen wir dort umschnell Dann holen wir uns schnell Noch was anderes Und ja Feld 9 hast du gesagt Oder Feld 8 Oder Feld 8 Feld 8 Feld 8 Feld 8 Hast du uns einen fetten MP3 schon gesehen? Ähm, jaaa, ich glaube schon. Was sagst du dem? Der ist fett. Ja. Dann können wir eigentlich schon den Brecher einstellen für einen Mais-Opern. Ja. Weil das ist auch schon reif. Wie soll ich das machen? Hier kommst du. Gut. Wenn du Lust hast. Ja, mach. Aber auf dem Rapsfeld, das ich jetzt gesehen habe, da ist gleich schon das Unkraut drauf. Ja. Genau. So, dann können wir den schon einmal umstellen zum Obdanken. Was macht der noch? Ja. 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 Was wollen wir jetzt gerade nochmal? Wie sieht denn? Ooh. Wie sein? Entschuldigung. Dann haben wir jetzt wieder genug Aret So, dann danke ich schnell einmal den... ...brübenernter ab Kann ich machen Oder machst du ja Ja Bei den Schweinen ist schon wieder Dreck Ich muss sich wieder zum Rahmen Hehehe Du hast aber eh keine gescheatet Gerade dann hat es funktioniert Ja 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 So Die Karten können wir zumachen Die Kollision da beim... ...Futter-Turm Die Karten geht nicht mehr Ja Ich bin... ...Wert weg und er hat nie mehr Kollision Wo soll ich die Rüben hinkeppen? Amel in Slava bitte Ok Wo soll ich die Rüben hinnehmen? Die Rüben hinbekomme Oder warte Wo soll ich das in die Rüben hinbekommen? Äh, schau mal bitte. Komm schnell zu die Schafe, äh, zu die Schweine. Okay. Siegst du mich? Hast du schon g'siegt? Ich bin nicht mehr auf dem Pool. Er freut sich nicht. Ja, lass los jetzt. Ich komm doch nicht mehr aus, lass los jetzt. Jetzt packt er vor dem Pool. Ah, ay joi. Jetzt. Ja, so meine lieben Freunde, das war's schon wieder mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann geht es euch jetzt. Das Like nicht vergessen. Schaut zur nächsten Folge vorbei. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.